Zu GZ noch schreibt, wie meine letzten Mails zu entnehmen, das ist auch nur Beamtendeutsch für Pipo Blind, liest meine Nachricht. Ja, ja. Wie den Nachrichten der letzten drei Jahre zu entnehmen. Man kann teilweise so schön mit so höflichem Beamtendeutsch so krass beleidigen. Gib mal ein Beispiel. Boah, pff. Ich möchte sie darauf hinweisen, dass sie nach von mir mehrfach formulierter Mail mir seit mehreren Wochen noch keine Antwort geschickt haben, wobei ich lediglich eine simple Bestätigung benötige, um den Vorgang abzuschließen. Das heißt so, du Hurensohn, ich warte seit drei Wochen auf ein Ja oder Nein von dir. Du Sohn eines Freudenmädchens.